Alec Baldwin's Tochter Carmen sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Anlässlich ihres elften Geburtstags teilt Mama Hilaria ein Selfie von ihr. Und die Fans sind entsetzt. Grund, die Kleine trägt Make-up, was sofort Kritik nach sich zieht. Warum so viel Make-up für eine Elfjährige? fragt ein Fan. Ein anderer User meint sogar, sie sieht aus wie 20, nicht cool. Schon im Februar gab es hitzige Diskussionen über Carmens geschminktes Gesicht. Damals verteidigte Hilaria die Schminkaktion als harmlosen Spaß. Während einige Hilaria unterstützen, sind andere strikt dagegen. Alec und Hilaria haben insgesamt sieben Kinder und stehen bald im Rampenlicht ihrer eigenen TV-Show. Neben Familienleben wird auch Alec Baldwins Rust-Prozess thematisiert. Wir sind gespannt auf die Einblicke in ihr turbulentes Familienleben.